Hey Leute, ich habe jetzt endlich den Mod Innere Blutung in die Finger bekommen und konnte den ein bisschen testen. Also, wir haben genau den gleichen Mod eigentlich auch als Pistolen-Mod, heißt Hämorage, ist da, oder so in der Art, ist nur gut bei Epitaph, Tomfinger und Catchmoon, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich muss sagen, bei Primärwaffen, da kickt dieser Mod deutlich, deutlich, deutlich mehr. Also, zumindest haben wir mehr Waffen, in denen das Ganze gut ist. An sich wäre dieser Mod eigentlich ein schlechter Mod, aber dadurch, dass wir Waffen mit geforsten Einschlags-Prox haben, als Waffen, die garantierte Prox machen, kann dieser Mod wieder gut werden. Aber was macht er überhaupt? Wenn wir einen Einschlags-Status-Effekt haben, haben wir eine 35% Chance, einen Schnitt-Effekt auszulösen. Schauen wir gerade mal im Vergleich zur Jäger-Munition, da haben wir eine 30% Chance, bei einem kritischen Treffer einen Schnitt-Effekt auszulösen. Jäger-Munition ist eigentlich um Welten besser. Ja, eigentlich. Weil ihr müsst das so sehen. Krit ist Krit. Also, na klar, gibt's höhere Kritze und alles, aber im Endeffekt brauchen wir hier nur einen Krit. Bei diesem Mod müssen wir halt schlechte Sachen haben, um dafür belohnt zu werden. Weil theoretisch bei einer Feuerrate, die niedriger ist als 2,5, 2,5 ist auch schon zu hoch, haben wir halt die doppelte Chance, also 70%. Bedeutet, im Endeffekt müsst ihr Einschlag-Schaden haben und eine niedrige Feuerrate. Beziehungsweise ihr braucht Einschlag-Status-Effekte. Bedeutet, im Normalfall müsstet ihr auf Status modden, müsstet ihr aktiv auf Einschlag modden, damit Einschlag wirklich mit großem Abstand auch über den Elementareffekten den höchsten Schaden macht, dann müsst ihr Einschlagsbrocken und das Ganze mit einer niedrigen Feuerrate. Also im Endeffekt super viele schlechte Sachen, damit wir dann einen guten Effekt haben. Lohnt sich im Normalfall nicht. Aber bei diesen Waffen mit geforsten Einschlagseffekten plus einer niedrigen Feuerrate ist das hier einfach göttlich. Anders kann man es nicht ausdrücken. Von daher, schaut euch die Waffen an, die geforste Einschlagsbrocks haben. Nicht-geforste Einschlagsbrock-Waffen könnt ihr eigentlich mehr oder minder ignorieren. Bin ich auch noch ein bisschen am rumtesten, aber bis jetzt noch nichts Gutes gefunden. Und ich will euch gerade mal vorlesen, welche Waffen geforste Einschlagsbrocks haben. Die Asseltra, nur beim direkten Treffer, muss ich leider gestehen, schafft man mit der Waffe etwas wenig, beziehungsweise man kann nicht so gut zielen. Bei der Daikyu, da ist der Mod wirklich gut. Bei der Fulmin, mit dem Primärfeuer, auch ziemlich gut. Kuwa Shakur, göttlich. Lenz bei einem direkten Treffer, man spielt mit der Lenz eigentlich nicht auf direkte Treffer, also eher unnötig. Nagantaka, da ist das Problem, dass die Waffe keine, eine Feuerrate von genau 2,5 hat. Was bedeutet, der Effekt kommt nicht zum Tragen. Außer wir opfern einen Modplatz, um unsere Feuerrate mit Absicht zu reduzieren. Aber dadurch lohnt sich das Ganze nicht. Weil wenn man einen Modplatz noch zusätzlich opfern muss, dann ist ein normaler Bild besser. Die Queller, mit dem Explosionsschuss, richtig, richtig gut. Shedu, na nicht richtig, richtig gut, aber es ist schon gut. Dann Shedu, nur beim leeren Magazin, also spielt keine Rolle. Stahlter, bei einem direkten Treffer, macht da in dem Fall zu wenig Schaden, beziehungsweise lohnt sich nicht. Und Tomfinger, Kidgun, auch nur beim direkten Treffer, nur mit einer niedrigen Feuerrate. Im Endeffekt lohnt sich das da auch nicht. Die Waffen, bei denen ich jetzt der Meinung bin, dass es sich wirklich lohnt, die ich bis jetzt gefunden habe, sind Daikyu, Fullman, Queller, dazu die Kuva Shakur. Und jetzt kommt vielleicht noch der Artemisbogen von Ivara. Aber das möchte ich euch jetzt eins nach dem anderen mal zeigen. Fangen wir hier gerade mal an mit der Kuva Shakur. Ich möchte anfangen mit einem Jägermunitionsbild, damit ihr das Ganze im Vergleich seht. Und das habe ich jetzt eigentlich vor euch bei jeder Waffe einmal zu zeigen. Also einmal mit Jägermunition und einmal mit dem Innere Blutungsmod. Also das da sieht schon gut aus mit Jägermunition, muss man ganz klar sagen. Das sind auch ein paar richtig schöne Kills dabei. Okay, jetzt muss man an dieser Stelle sagen, dass ich wirklich viele gute Treffer habe. Normalerweise sieht es nicht ganz so gut aus. Ist dieser Vorführeffekt. Egal, auf jeden Fall zeige ich es euch jetzt mal kurz mit dem anderen Mod. Mit Innere Blutung. Und ich denke, da wird man trotzdem noch einen Unterschied sehen. Und ich denke, das hier spricht eigentlich für sich selbst, warum das gut ist. Ich meine, auch eben mit Jägermunition sind die Gegner schnell gestorben. Aber das hier ist nochmal eine ganze Nummer schneller. Wobei ich auch sagen muss, gerade eben das mit Jägermunition war außerordentlich gut. Normalerweise wäre es ein bisschen schlechter. Aber ich denke, man sieht ganz klar, dass es bei der Kuva Shakur dadurch besser geworden ist. Jetzt kommen wir zu Ivara. Weil ich habe ja gesagt, mit dem Artemisbogen. Da gibt es halt einen kleinen Trick. Wenn man den Mod konzentrierten Pfeil reinmacht, haben wir Explosion bei einem Headshot. Was bedeutet, wenn man jetzt wirklich mit Ivara genau zielen möchte, was ich persönlich bei einem Ivara-Bild nicht möchte, dann wäre eigentlich Innere Blutung die bessere Wahl. Ich will es euch gerade mal kurz gezeigt haben. Ich nehme auch mal Jägermunition noch raus und ist jetzt nicht fertig gemoddet. Wie gesagt, das hier ist super, super mächtig. Aber ich persönlich finde die Spielweise umständlicher. Und ich mag es einfach, dass man mit Ivara so schön die Pfeile spreaden kann. Das bedeutet, horizontal, vertikal, das gefällt mir einfach. Und hier muss ich halt wirklich aufladen. Bin gezwungen. Kann dann einen Headshot machen. Und die Explosion macht halt dann den geforsten Einschlagsbrock. Das heißt, jeder andere Gegner, der in diesem, ich glaube, 8 Meter Radius ist, bekommt dann auch diesen Bonusschaden. Vermutlich könnte man da dann auch mit Feuersturm oder so noch arbeiten. Aber alles in allem ist das so schon ziemlich mächtig, wie ihr gerade sehen könnt. Ich meine, die Gegner sind eigentlich immer One-Hit. Weil wir haben halt diese 75% Chance, unsere Impact-Procks zu machen. Äh, Slash-Procks. Und hier waren jetzt diese 25% mehrfach. Vielleicht nicht den Kopf getroffen, sondern die Schulter. Ja, also ihr seht schon, das ist ziemlich gut mit diesem Mod. Aber es ist halt nicht diese schnelle und witzige Spielweise, finde ich. Weil jetzt gerade mal kurz auch hier wieder als direkten Vergleich. Ich mache wieder Infiltrieren rein, was nichts mit der Ulti zu tun hat. Ich mache jetzt aber auch wieder Schweres Kaliber rein. Was ich natürlich jetzt nicht drin hatte, wegen Platzmangel. Und ich mache noch Jäger-Munition rein. Also im Endeffekt könnt ihr davon ausgehen, dass durch Schweres Kaliber auch der andere Bild noch ein bisschen stärker geworden wäre. Aber ich will euch einfach mal zeigen, was ich meinte mit dieser schnellen und auch witzigeren Spielweise. Weil ich gehe jetzt in den Artemis-Bogen rein. Und ohne dass ich gezwungen bin, aufzuladen, kann ich einfach so einmal draufschießen und mache auch gut Schaden. Und wenn ich möchte, könnte ich jetzt zum Beispiel aufladen und meinen Horizontalschuss machen. Dann würde ich zum Beispiel von den beiden hier den Kopf treffen. Und auch das macht schön Schaden. Das heißt, beide Builds haben Vorteile, haben Nachteile. Aber mir gefällt halt dieses Horizontal-Vertikal-Schießen richtig gut. Und deshalb habe ich es jetzt persönlich nicht gemacht. Aber ich kann es wirklich nachvollziehen, wenn Leute das besser finden. Weil mit einem Bogen so Headshot-Explosionen zu machen und alles, das ist schon richtig cool, muss man ganz klar gesagt haben. Dann als nächstes möchte ich euch zeigen, die Daikyu. Auch hier, was habe ich? Innere Blutung jetzt drin. Und im Endeffekt haben wir einfach nur eine sehr hohe Chance, jetzt direkt unsere Slash-Procs zu machen. Und das ist halt sehr solide. Auch muss ich sagen, ist die Waffe hier erstaunlich stark. Und durch den Mod Innere Blutung halt auch sehr konsistent geworden. Weil vorher hatten wir halt pro Schuss, pro Crit halt die 30% Chance gehabt. Und jetzt haben wir halt garantiert auf jedem Schuss eigentlich unsere 75% Chance, was eigentlich schon fast ein garantierter Slash-Proc ist. Also auch hier kann ich es euch jetzt direkt nochmal mit Jäger-Munition zeigen. Zum Beispiel der hier hat jetzt mal keinen Slash-Proc drauf gehabt. Alle anderen, die einen Slash-Proc drauf hatten, sind auch gestorben. Aber wie ihr gerade seht, gerade eben hatten wir eigentlich immer einen Slash-Proc und hier hatten wir jetzt direkt schon drei Treffer, die keinen Slash-Proc hatten. Oh, und einen, der ziemlich schlecht war. Ich habe es mit dem einen da in der Ecke. Also ich denke einfach mal, man sieht hier doch schon einen ordentlichen Unterschied. Dann mache ich mal wieder den Mod rein, sonst vergesse ich den nachher zurückzumachen. Und wir kommen zur nächsten Waffe. Das wäre dann die Full Mint. Bei dieser Waffe muss man aber ganz klar sagen, dass es auch einen Nachteil hat. Weil im vollautomatischen Modus, schaut euch gerade die Crit-Chance an, 70%. So, wollt ihr diese Waffe jetzt vollautomatisch spielen? Dann macht ihr nicht den Innere-Blutungs-Mod rein, sondern den Jäger-Munitions-Mod rein. Spielt ihr diese Waffe aber halbautomatisch? Dann ist Innere-Blutung die bessere Wahl. Warum habe ich jetzt Innere-Blutung drin? Naja, zum einen will ich es euch zeigen. Aber zum anderen bin ich der Meinung, wenn man einfach nur eine stinknormale Schnellfeuerwaffe will, okay, die hier hat jetzt eine Batterie, dann sollte man eigentlich eine andere Waffe spielen. Und gerade so als halbautomatische Waffe, da geht das eher in die Catch-Moon-Richtung. Da finde ich das eigentlich schon dann ziemlich gut. Aber wie gesagt, ihr müsst halt überlegen, welchen Feuermodus ihr spielen wollt. Also hier ist es dann nicht jetzt überwältigend, aber ich denke mal, man sieht, dass nach wenigen Schüssen relativ gut wird, gerade wenn die Viralprocs drauf sind. Naja, ist halt keine Top-Waffe, aber... Jetzt muss ich kurz warten, bis sich die Batterie auflädt. Kann wieder weiter drauf schießen. Und ich denke mal einfach, man sieht, wie schön das Ganze skaliert. Und hier zeige ich es jetzt einfach mal nicht mit Jägermunition, weil im Endeffekt wird man einfach nur sehen, dass dann beim Schnellfeuermodus hätten wir beim Jägermunitionsbild jede Menge Schnittprocs und mit dem Innere-Blutungsbild überhaupt keine Schnittprocs. Und bei dem halbautomatischen Bild haben wir halt mit dem Innere-Blutungs-Mod mehr Schnittprocs und mit dem Jägermunitionsbild weniger Schnittprocs. Und dann zum Schluss würde ich euch jetzt gerade noch schnell die Quellort zeigen. Da habe ich auch Innere-Blutung jetzt hier reingepackt. Das ist ein Charge-Bild, das heißt, ich lade das Ganze auf. Und schaut es euch einfach mal an. Und die Sache, die man halt hier beachten muss, ist einfach, wir haben durch die niedrige Feuerrate und durch die geforsten Impact-Procs eigentlich diese garantierte Schnittprocs-Chancen. Und durch Jägermunition hätten wir die halt nicht. Und das ist halt das Schöne bei diesem Mod. Das heißt, Waffen, bei denen man eigentlich sagt, ah, verdammt, geforste Impact-Procs, schlecht, die werden halt durch diesen Mod halt wieder richtig, richtig gut. Und ich denke, gerade bei den ersten paar Waffen, die ich euch gezeigt habe, dass man das da ganz schön gesehen hat. Und gut, viel mehr gibt es hier an dieser Stelle jetzt nichts zu sagen und zu zeigen. Also alles in allem muss ich wirklich sagen, gefällt mir dieser Mod gut bei den Primärwaffen. Wir haben einfach eine schöne Auswahl an Waffen, in denen das hier Sinn macht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.